Neuer britischer Innenminister wird Sajid Javid. Der konservative Politiker ist der Sohn eines Busfahrers aus Pakistan. Er will sich dafür einsetzen, dass Immigranten mit Würde und Respekt behandelt werden. Der 48-jährige Javid ersetzt die gleichaltrige, gerade zurückgetretene Amber Rudd. Sie war wegen des sogenannten Windrush nach einem Einwandererschiff benannten Skandals in die Kritik geraten. Dabei ging es um verweigerte Rechte von Einwanderern aus der Karibik. Allerdings war die Arbeit der Brexit-Gegnerin Amber Rudd als Innenministerin generell kaum von Erfolg gekrönt.